Das Angebot des Tages und die Leitungen füllen sich jetzt schon, wie den ganzen Tag über. Für 24,99 bekommen Sie nämlich zweimal 750 Milliliter, inklusive, was auf dem Bild jetzt falsch abgebildet ist, vielleicht schauen wir es gleich hier bei mir live an, inklusive der Sprühflasche, also nicht nur vom oberen Teil, sondern die ganze Sprühflasche kriegen Sie mit dazu. Warum? Weil das ja das Konzentrat ist, dass Sie da drin nochmal verdünnen, deswegen brauchen Sie die ganze Sprühflasche. So kommt es zu Ihnen nach Hause. Als Geschenk kriegen Sie sogar den Entkalkerball, so heißt er offiziell. Was ist es eigentlich für Ihre Perlatoren, damit Sie dir nicht mehr abschrauben müssen am Wasserhahn, sondern direkt am Wasserhahn entkalken. So macht es Spaß. Es ist ein Profiprodukt aus dem Profi-Bedarf zum besten Preis. Allerdings nur noch jetzt in dieser Stunde. Letzte Chance. Noch gibt es keine Wartezeit, weil ich bin mir sicher, die kommt gleich. Allerdings kommen Sie jetzt eben direkt durch. Das finde ich ganz wichtig. Also ich würde nicht allzu lange warten. Was weg ist, ist weg, Andrea. Genau. Es war ein Riesenerfolg heute. Es war ein Riesenerfolg. Ich grüße Sie nochmal ganz herzlich, liebe Zuschauer. Und ich möchte mich bei allen von Ihnen bedanken, die heute schon so zahlreich bestellt haben. Wir haben wirklich alle Rekorde gesprengt. Darüber freue ich mich ganz besonders. Denn wir haben eine tolle Premiere. Aus dem Hause Mikronell haben wir einen Profi-Entkalker. Was bedeutet das? Mit einem professionellen Entkalker-Konzentrat können Sie vom Kaffee-Vollautomat bis zum Bügeleisen, bis aber auch zur Fliesenreinigung dem Kalk den Kopf ansagen. Das Tolle ist, Beate hat es gerade schon angesprochen, ein Konzentrat kommt nach Hause. Denn um eine kraftvolle Mischung herzustellen, brauchen Sie gerade mal 40 Milliliter dieses Konzentrates. Und dann haben Sie Ihre Anmischflasche. Und Sie können 37 dieser Anmischflaschen dann nutzen. Und Sie haben dann hier die richtig kraftvolle Wirkung. Und wir schauen uns mal an, wie einfach, wie komfortabel das Ganze geht. Und bevor wir unser Produkt zeigen, was es kann, wollen wir so ein bisschen mal das ansprechen, wie wir ja üblicherweise vielleicht entkalken. Und das habe ich bisher auch genutzt. Und ich habe auch eigentlich gedacht, dass es gut ist. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Denn ich gebe mal einfach Kalksteinchen hier in meine Gläser rein. Das sind also kleine Kalkstücke. Denn hier wollen wir Ihnen zeigen, wie unsere Produkte arbeiten. Und als erstes habe ich die klassische Zitronensäure. Das ist ein preiswertes Produkt. Das ist ein natürliches Produkt. Und ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen ins Glas rein. Das Problem ist nur, dass wir unheimlich viel Zeit brauchen. Weil die Zitronensäure, die braucht einfach. Das nächste Problem, was wir haben, dass die Zitronensäure natürlich auch Dichtungen angreift. Und wenn wir nur ausschließlich nur mit der reinen Zitronensäure entkalken, wenn keine anderen Dinge dabei sind, dann kann Zitratstein entstehen. Also hier eine schlechte Wahl. Wir können entkalken, aber wir haben den Zitratstein. Dann gehen wir weiter zur Essigessenz. Das Problem bei der Essigessenz würde ich jetzt auch nicht in den Kaffeevollautomat zum Beispiel geben, auch nicht ins Bügeleisen. Greift nämlich auch Schläuche, Dichtungen an. Und hier geben wir mal eine ganze Menge rein. Auch hier brauchen wir wieder das, was wir alle nicht haben. Wir brauchen Zeit. Und es geht natürlich auch an Silikonteile und Schläuche. Also auch nicht die beste Lösung. Also jetzt gucken wir uns vielleicht noch mal an, Andrea. Hier ist die Zitronensäure. Da perlt ein bisschen was. Also das sieht man auch auf die Entfernung. Da kommen so zwei, drei Perlchen hoch. Das braucht halt. Da tut sich was. Ja. Ich finde hier bei der Essigsäure, obwohl mir steigt schon der Gestank in die Nase, da geht bei der Essigessenz, finde ich, besser. Genau. Und jetzt kommt Ihr neuer Profi-Entkalker. Achtung. Zack. Ja. Und hier sehen Sie den ganzen Tag. Da geht die Post auf. Guck mal. Ja. Und also wir reden ja nicht umsonst von einem Profi-Produkt. Wo kommt dieses Produkt her? Krass. Es gibt die teuren Kaffee-Vollautomaten. Und da spreche ich gar nicht die an, die wir selber zu Hause haben. Die sind ja auch schon teuer. 5, 6, 700 bis zu 12 oder 1500 Euro. Wir reden über die Kaffee-Vollautomaten in der Gastronomie. Die kosten mehrere tausend bis zu 10.000 Euro. Und da kommt eigentlich dieses Produkt her, was wir hier nutzen. Wir haben dieses Produkt aber für Sie so konzipiert, dass Sie nicht nur den Kaffee-Vollautomat sehr preiswert entkalken, sondern dass Sie natürlich auch an die Oberflächen gehen können. Und hier können Sie fantastisch mit der angemischten Lösung, das heißt 40 Milliliter des Entkalkers, bitte mit Leitungswasser auffüllen, das haben wir alle zu Hause, das brauchen wir Ihnen nicht mitschicken, das wäre Blödsinn, ganz einfach mit der angemischten Lösung und mit der Sprühflasche dann an die Oberflächen zu gehen. Und auch hier, egal ob es Ihre Fliesen sind, ob es die Duschkabine ist, sofort fängt dieses Produkt an, kraftvoll den Kalk zu entfernen. Und man kann schon sehr schön sehen, was wir hier für eine Leistung haben. In Sekundenschnelle wird die Kalkstruktur hier aufgebrochen. Und schauen Sie mal, da schieße ich hier quasi schon von der Oberfläche runter. Und Sie machen es ganz einfach so, Sie gehen mit der Handbrause nach, nehmen ein feuchtes Tuch, spülen es ab. Ich gehe ganz einfach nur mal mit dem Tuch hier drüber. Ich habe den Kalk jetzt hier in meinem Tuch. Die Fläche ist sofort sauber. Und das Tolle ist, Fuge ist gleich mitgereinigt. Und da, wo wenig Kalk ist, da haben natürlich auch Pilz- und Schimmelsporen keine Chance. Also Entkalken ist nicht nur eine optische Sache, sondern Entkalken hat auch ganz viel mit Hygiene zu tun. Und deswegen ist unser Entkalker natürlich sehr interessant. Na klar, das ist immer eine raue Struktur. Das ist uns allen schon mal aufgefallen, oder? Ihnen sicher auch. Da fassen Sie drüber und das fühlt sich alles ein bisschen so rau und porös an. Und da setzt sich natürlich einiges fest. Also mir war am Anfang, dachte ich mir, Entkalker in einer Sprühflasche? Was soll ich denn damit? Weil ich denke zuerst an Wasserkocher, an die Spülmaschine, an die Kaffeemaschine, an die Waschmaschine. Für was? Die Sprühflasche. Genial, für die Dusche, für die Fliesen im Bad. Oder auch wenn es mal schnell gehen muss, auch die Wasserhähne im Bad. Außenrum, wenn da ein bisschen Wasser drauf truppt, sofort haben Sie da die weißen Flecken. Da sprühen Sie kurz drüber, dann mit dem Mikronell hinterher, mit dem Tuch und fertig ist die Sache. Die 403, 04 und die 8 ist die Bestellnummer. Wir haben jetzt schon beinahe 300 Leute wieder am Telefon. Es ist der letzte Auftritt und ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, Versandkostenfrei ist Ihr Angebot des Tages auch noch. Dann ist alles, was Sie heute entdeckt haben, alles, was Sie heute bestellen, auch der Joker der Woche, alles portofrei in Ihrem Paket. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wie können wir denn den Brausekopf am besten entkalken? Wir könnten natürlich mit der Sprühflasche von außen hier sprühen, aber der Kalk, der sitzt ja nicht hauptsächlich nur außen, sondern er ist im inneren Brausekopf. Zusätzlich zum Kalk sitzen hier auch andere Schmutzbestandteile, also Rückstände aus dem Wasser. Das liefert das Wasserwerk gleich mit. Und wir haben eine Substanz in unserem Entkalker, die geht auch kraftvoll dagegen vor und sorgt dafür, dass es perfekt gereinigt wird. Hier haben wir unsere Entkalkerlösung, die haben wir seit gestern Abend nicht gewechselt. Deswegen sieht das auch schon so ein bisschen unappetitlich aus. Aber wir möchten Ihnen zeigen, wenn Sie ein Hochkonzentrat haben, dann können Sie natürlich auch mehrmals damit arbeiten. Und ich gehe mal einfach nur... Ach, das kann ich wiederverwenden, Andrea. Genau, richtig. Man könnte es in ein Schraubglas einbringen und könnte es wiederverwenden. Und schauen Sie sich das mal an. Ich gehe einmal noch kurz raus. Sie sehen, sofort wird das Ganze hier angelöst. Und ich tauche den Brausekopf hier nochmal ein. Und in allerkürzester Zeit entsteht hier diese kraftvolle Wirkung. Wow. Und Beate, wir entfernen den Kalk, wir entfernen die Ablagerung, alles aus dem Brausekopf raus. Und das heißt hygienische Reinigung, besserer Wasserstrahl. Und vor allen Dingen, wir entziehen dadurch, dass richtig professionell gereinigt wird, den Keimen und Bakterien hier den Nährboden. Und das ist ganz wichtig. Wir reden so viel über das Thema Legionellen. Das ist ja was, was man einatmet. Aber jetzt überlegen Sie mal, ein verkeimter Brausekopf, wenn der hier natürlich sehr massiv aussieht, aber wenn wir ihn aufschneiden könnten von innen, das holen wir uns über unseren Körper, ja? Das haben wir in den Haaren, das haben wir auf der Haut. Und deswegen abschrauben, mit dem Profi-Entkalker bearbeiten und Hygiene im Badezimmer zu haben, das ist einfach eine tolle Sache. Und diese Lösung können Sie jetzt wieder und wieder verwenden, wenn der Duschkopf dann fertig ist. Oder, das mache ich zum Beispiel immer, ich gieße dieses Wasser dann ins Klo. Das ist gut. Und lass es dann da eben stehen kurz. Weil auch da haben wir, das vergisst man ja oft, auch da sind diese Kalkränder, Kalkflecken wollte ich sagen, Verzeihung, und die behandeln wir da auch in der Toilette eben wunderbar mit. Sehen Sie, wie das braust und wie das macht und wie das tut. Das sieht man jetzt auch immer noch hier bei unseren Kalksteinen. Schauen Sie mal, das arbeitet immer noch, wahrscheinlich so lange, bis nichts mehr da ist an Steinen. Richtig. Hier sind wir noch nicht so weit. Ja, ein kleines bisschen. Okay, da tut sich was. Ja. Dieses Glas, das sieht man schon fast die Steine nicht mehr. Warum? Weil da so viel passiert. Das ist die Zitronensäure. Das ist die Essigessenz. Hier ist unser Entkalkerkonzentrat drin. Und jetzt gucken wir mal zum Ei. Genau. Ei, Schale, 100% Kalk. Und wir geben es auch wieder in die Entkalkerlösung, die wir schon seit gestern Abend, ja, für mittlerweile 10 Eier hier genutzt haben. Und schauen Sie sich das mal an. Hier geht sofort die Leistung los. Das ist unser Profi-Entkalker. Bei aller Eierschale besteht er aus Kalk. Richtig, aus Kalk, genau. Und jetzt sagen Sie vielleicht, oh, jetzt ist das hier so kraftvoll bei dem Ei. Wie sieht es denn jetzt aus bei den Oberflächen, bei den Dichtungen und bei den Leitungen in meinem Kaffee-Vollautomat. Und da gehen wir mal zu dem Ei, was wir gestern Abend bei unserer Premiere, beim Start hier in dieses Glas reingegeben haben. Schauen Sie mal, hier oben ist noch die Eierschale. Und hier ist die Eihaut. Wahnsinn. Die Eihaut ist nicht beschädigt. Und was so sanft zu der Eihaut ist, das ist natürlich auch besonders sanft zu meinen Armaturen, aber auch zu den Leitungen im teuren Kaffee-Vollautomat, zu den Gummidichtungen und Silikonen in der Brause. Denn schauen Sie mal. Das heißt jetzt nämlich nicht, dass Sie zukünftig so Ihre Eier schälen. Bitte nicht. Nein. Das würde funktionieren. Aber nein. Wir wollen Ihnen damit nur zeigen, die Schale, die kalkhaltige Schale, wurde komplett restlos entfernt. Aber diese butterweiche, und wir wissen alle, wie empfindlich die ist, diese zarte Eihaut, die das Ei zusammenhält, die ist immer noch da. Richtig. Die ist unversehrt. Genau. Das können wir jetzt genauso übertragen, natürlich auf die Kaffeemaschine. Richtig. Ist ja ganz logisch, weil was da oft für empfindliche Leitungen, Gummidichtungen, etc., PP drin ist, da brauchen Sie sich keine Gedanken machen, Sie machen die Entkalkung, wie es in der Gebrauchsanweisung steht. Richtig. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Genau. Spüren dann natürlich noch mal mit Wasser nach. Und das war's. Was mir so gut an dem gefällt, Andrea, und das fällt mir hier live auf, ich rieche nichts. Genau. Bei uns entstehen keine giftigen Dämpfe, das ist ganz wichtig. Und wir arbeiten nicht mit Salzsäure. Also Dinge, die teilweise auch in den Kalkern sind, und dann wird es natürlich kritisch, je nach Oberfläche. Übrigens, unser Produkt, ich möchte es einmal zeigen, und das ist mir auch noch wichtig, Made in Germany. Wir produzieren in Deutschland. Mikronel, was bedeutet das? Mikronel, das sind Produkte von namenhaften Herstellern. Und Sie kennen das ja auch, wenn Sie in den Supermarkt gehen und kaufen die hauseigene Marke, dann haben Sie sehr oft die namenhaften Hersteller, aber zu einem sehr interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir arbeiten mit sehr vielen Lieferanten hier seit vielen Jahren zusammen und hier sind die besten Produkte für Sie entstanden. Und deswegen haben wir hier auch ein Profiprodukt, was so kraftvoll arbeitet. Und ganz gleich, ob es die kleine Kaffeemaschine ist, ob es der große Kaffee-Vollautomat ist, Sie können das nehmen, und jetzt überlegen Sie mal, beim Kaffee-Vollautomat eine Entkalkung, bei meinem zum Beispiel zu Hause, und der meldet sich stets und ständig, 12 bis 15 Euro. Das ist richtig viel Geld. Krass. Und hier haben wir natürlich das im Cent-Bereich. Und jetzt schauen wir uns mal ganz einfach an, wie wir auch noch mal die angemischte Lösung hier nutzen können. Jawohl, die letzten sechs Minuten übrigens. Und dann war es das mit unserem Angebot des Tages, denn um 23 Uhr startet ein neues. Das ist der Nicer Dicer. Da schauen Sie gerne zu, das wird hochinteressant und super spannend. Aber dann war es das mit unserem Entkalker. Jetzt haben wir hier natürlich, so sieht Ihre Duschwand logischerweise nicht aus. Nein. Aber wir wollten Ihnen nur mal zeigen, was für eine Monster-Power dieser Profi-Entkalker hat. Diese ganze Kalkschicht nur durch sprühen, ja, ich will fast sagen, schießt die Andrea diesen Kalk nur durch sprühen weg. Und jetzt kommt das Tuch hinterher. Und jetzt gucken Sie mal. Richtig. Und hier kann man genau sehen, wo der Entkalker gearbeitet hat. Nehmen wir den gelösten Kalk wie durch Zauberei. Das geht also kinderleicht von der Oberfläche runter. Sie haben exzellente Ergebnisse in allerkürzester Zeit. Sie brausen es natürlich noch mal nach. Schauen Sie sich das an. Das sind wirklich Sachen. Und schauen Sie mal, damit Sie auch sehen, wir arbeiten hier mit richtigem Kalk. Hier unten, wo nichts hingekommen ist, kann ich ruhig drüber gehen. Hier sitzt der Kalk noch auf. Und wenn ich jetzt sprühe, dann schieße ich den auch los. Das ist ein Profi-Produkt. Und Sie bekommen heute das große Set nach Hause, wo zweimal die 750 Milliliter Konzentrat sind. Und hier kann ich jetzt an dieser Stelle noch weiter lösen. Sie machen es natürlich mit dem fließenden Wasser. Und dann haben wir so tolle Ergebnisse in so kurzer Zeit. Die Sprühflasche ist mit im Lieferumfang dabei. Und es gilt natürlich auch hier für unsere Fliesen. Sie nehmen den Kalk runter, aber auch zum Beispiel die Zementschleier. Wenn irgendwas neu gefließt wurde, gefugt wurde, dann haben Sie die Möglichkeit, mit dem Entkalker hier zu arbeiten. Und schauen Sie sich das mal an. In Sekundenschnelle wird das Ganze hier aufgebrochen und geht von der Fliese runter. Und ganz einfach nochmal... Und Kalk ist ja fies. Richtig. Ich meine mit so einem normalen Badreiniger oder so. Da kriegen Sie zwar Seifenreste und sowas weg, aber der Kalk, der bleibt hartnäckig kleben. Genau. Da brauchen Sie ein Spezialprodukt. Da brauchen Sie ein Profiprodukt. Und das kriegen Sie hier. Mit dem Original Mikronel Entkalker Konzentrat. Wenn wir jetzt eine Flasche anbieten würden für 24,99, dann würde ich sagen, Mensch, Andrea, ist ein toller Preis. Ja. Ist ein Konzentrat. Das kann ich mir in der Flasche anmischen. Wunderbar. Nee, Sie kriegen heute die doppelte Menge. Nur noch in den nächsten drei Minuten. Und solange der Vorrat reicht, natürlich können Sie jetzt in vier Minuten auch noch bestellen. Solange reicht es schon noch. Aber um 23 Uhr beginnt das neue Angebot des Tages. Dann ist es vorbei. Dann war es das. Die 403, 04 und die 8 ist die Bestellnummer. Und wir schauen gerade nochmal quer durchs Haus. Genau. Wir gehen einfach durchs komplette Haus. Und hier sehen Sie zum Beispiel gleich auch unseren Entkalker Ball. Den gibt es heute gratis geschenkt dazu. Erstmal putzen wir fantastisch die Oberflächen. Denn das geht kinderleicht mit unserem professionellen Entkalker aus dem Hause Mikronell. Einfach mit dem Wasser nachspülen. Das ist ganz wichtig. Den gelösten Kalk entfernen. Hier sehen wir jetzt gerade, wie einfach es geht. Wir haben eine ausführliche Anleitung dazu gelegt. Denn diesen Entkalker Ball, den ziehen Sie einfach über den Wasserhahn und können die Wasserperlatoren damit entkalken. Und sorgen dafür, dass Sie zum einen den besseren Wasserstrahl haben, aber zum anderen natürlich auch für Hygiene sorgen. Zweimal die 750 Milliliter Konzentrat. Jawohl. Zusätzlich mit der Sprühflasche. Und wenn ich hier an den Eierkocher denke, dann haben wir hier natürlich immer eine echte Herausforderung. Ganz einfach mit unserem Entkalker-Spray an die Oberfläche rangehen. In kürzester Zeit das Ganze anlösen. Und schauen Sie sich das mal an. Im Sekundentakt wird hier die Kalkstruktur aufgebrochen. Wir haben sofort das Ganze hier wunderbar entfernt. Ich gehe einfach nur mal in den oberen Bereich hier mit meinem Tuch. Sie haben die Oberfläche nicht beschädigt, aber Sie haben den Kalk hier fantastisch entfernt. Und wir schauen uns das Ganze noch mal an. Auch ich denke, bei mir ist immer der Hundenapf zum Beispiel, der voller Kalk ist. Und dann, dann muss man höllisch aufpassen, weil dann passiert es ganz schnell, dass sich wie ein bisschen so Algen oder so Zeug bilden, weil immer das Wasser drin ist. Bitte entkalken Sie, das ist so wichtig. Jetzt ist es soweit übrigens. Wir haben seit, glaube ich, einer Minute eine Wartezeit. Also Sie müssen kurz warten. Weichen Sie auf easy aus. Es laufen die letzten 90 Sekunden. Das ist so eine Wassertränke, äh, Katzenbrunnen, so heißt es. Der Katzenbrunnen zum Beispiel. Hundenapf, Katzenapf, etc. pp. Bügeleisen, wie es auch immer heißt und was es ist. Der Wasserkocher sowieso, das ist auch so ein Entkalker-Nummero-Eins, für 24,99 und Versandkosten frei. Und jetzt kommt's, Sie dürfen in 30 Tagen testen. Das ist ein Angebot, ne? Sollte irgendwas nicht bei Ihnen klappen, oder sollten Sie sagen, der gefällt mir nicht, der funktioniert bei mir nicht, dann schicken Sie ihn zurück. Das ist gar kein Thema. Und zwar innerhalb von 30 Tagen. Warum machen wir das? Weil wir so überzeugt sind von der Qualität, weil wir wissen, mit diesem Profiprodukt kommen Sie zurecht. Und jetzt kommt gleich noch der Nächste. Ach so, genau, Nächster. Jetzt sehen Sie mal, wir haben schon einen Brausekopf entkalkt. Hier kommt der Nächste. Und der ist eine echte Herausforderung. Sie erkennen, wie kraftvoll hier unser Entkalker-Konzentrat arbeitet. In allerkürzester Zeit wird der Kalk hier von den Oberflächen gelöst. Und das bedeutet, entkalken im Sekundentakt. Sie sind live mit dabei. Sie sehen, in ein paar Sekunden lösen wir selbst diese enormen Hartverkalkungen von unserem Brausekopf. Das alles können wir mit dem Konzentrat. Sie bekommen die großen Vorratsflaschen nach Hause. Zweimal 750 Milliliter Sprühflasche mit dabei. Und meine Bitte, wenn Sie sich eine Lösung anmischen, Sie können es mehrmals verwenden. Sie können es für mehrere Brauseköpfe und auch für andere Gegenstände nutzen. Und wie Beate es am Anfang gesagt hat, einfach im Anschluss nicht weggießen, sondern das WC reinigen. Super. Das wird picobello sauber, denn Sie entfernen auch perfekt Urinstein. Ganz kurz, Andrea, es gibt noch eine Kundenfrage, weil eigentlich ist die Zeit abgelaufen, aber die nehmen wir uns jetzt noch mal. In welchem Verhältnis kommt das Konzentrat in die Sprühflasche? Genau. Wir geben 40 Milliliter in die Sprühflasche hinein und füllen den Rest mit Wasser auf. Und dann haben Sie einen richtig starken Reiniger. Wenn Sie zum Beispiel den Kaffee-Vollautomat entkalken, wir haben eine ausführliche Anleitung hinten drauf, 40 bis 50 Milliliter. Wenn Sie die Waschmaschine entkalken, 100 Milliliter. Wir haben alles genau für Sie beschrieben. Ah, das steht alles noch mal drauf. Alles an die Hand, damit Sie wissen, wie Sie das Produkt anwenden. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Freude mit unserem Entkalker. Das war, muss ich fast schon sagen, unser Angebot des Tages. Bitte bleiben Sie noch in der Wartezeit oder wie gesagt, gleich ins Internet auf hse24.de. Da ist auch alles versandkostenfrei. Die 403, 04 und die 8 ist die Bestellnummer. Das war ein bisschen wehmütig jetzt. Doch, jetzt ist es vorbei. Das war...